Russland hat im Jahre 1990 die Planwirtschaft abgeschafft und die Marktwirtschaft eingeführt. Von diesem Übergang haben einige wenige Oligarchen profitiert. Das hat der großen Mehrheit der russischen Bevölkerung natürlich nicht gefallen und zu erheblichen Protesten geführt. Dass diese Oligarchen bis heute fest im Sattel sitzen, haben sie vor allem einer Organisation zu verdanken. Wer diese Organisation ist und wie sie ihnen geholfen hat, das erkläre ich in meinem neuen Buch World Economic Forum – Die Weltmacht im Hintergrund.